I know, I know, Warm-Ups sind langweilig, aber sind ungemein wichtig, damit du mit maximaler Leistungsfähigkeit rudern kannst, den maximalen Reiz auf deinen Körper setzt, dadurch deutlich mehr Körperfett verlierst, eine deutlich höhere Leistungsfähigkeit bekommst und vor allem, und das ist das Wichtigste, gesund trainierst. Und bevor wir jetzt auf die Warm-Ups, die ich dir einmal vorstellen möchte, eingehen, noch ein ganz kleiner Hinweis, schau mal auf www.ruderathlet.de vorbei, das steht hier oben, das habe ich in den Kommentaren nochmal verlinkt, da bekommst du deine kleine PDF kostenlos zugeschickt, mit der du einfach deine Rudertechnik instant und bei jedem Training einfach verbessern kannst und schauen kannst, wo du gerade stehst. Und wenn dir das Video jetzt gefällt, dann lass mir auf jeden Fall ein Däumchen da und drück mal auf Abonnieren, damit wir einfach dafür sorgen können, dass solche Videos bei YouTube besser ranken. Und das Ganze hat halt den Vorteil, dass immer mehr Leute davon erfahren, wie man richtig rudert, dass keine ungesunde Rudertechnik mehr in deutschen Fitnessstudios zu sehen ist. Und letzten Endes, damit wir einfach mehr Menschen mit einem athletischen Körperbau haben, denn ich glaube, Gesundheit ist das, was viele von uns heutzutage brauchen und was viele von uns auch wollen. Supi, dann kommen wir jetzt nämlich zu den drei Warm-Ups, die auch ungemein wichtig sind für deine Gesundheit. Und in erster Linie gehört zu jedem Warm-Up auch immer so eine kleine Stretching- und Mobility-Session dazu, dass du einfach die verspannte Muskulatur ein bisschen lockerst, ausdehnst. Ja, meistens hast du den ganzen Tag gesessen, jetzt sitzt du auch noch auf dem Rudergerät. Dann macht es halt Sinn, vor allem die verspannte Sitzmuskulatur zu lösen und zu lockern. Und jegliche Muskulatur, die du im späteren Verlauf des Trainings auch brauchst, ebenfalls ein bisschen ausstretchst. Das mache ich nochmal in einem separaten Video. Jetzt soll es einfach erstmal darum gehen, was kannst du für Warm-Ups auf dem Ruderergometer machen, wie kannst du dich darauf fokussieren und was hat so den maximalen Effekt und Vorteil für dich, dass du auch wirklich warm bist und dein gesamter Körper ready to action ist. Und ein jedes Workout starten wir so wie auch auf dem Wasser, witzigerweise, am besten mit einem Schlagaufbau. Der Schlagaufbau, dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, du weißt ja ganz genau, das geht, oder wenn du es noch nicht gesehen hast, das geht ganz einfach. Du fängst einfach an, indem du in deiner stolzen Position, in der Rücklage sitzt. Das ist immer sehr, sehr wichtig, stolze Position, Kopf nach oben, guckst ein bisschen nach oben. Und dann fährst du nur aus den Armen 20 Schläge, dann fährst du nur mit Arm und Oberkörper. Und wie so ein Pendel schwingst du dann einfach nur um dein Hüftgelenk hin und her. Dann gehst du auf die Viertelrollbahn für 20 Schläge, auf die halbe Rollbahn, auf die Dreiviertelrollbahn und dann nochmal auf die volle Rollbahn. Und der Vorteil dabei ist einfach, dass dieses Bewegungsmuster, dass du zuerst die Arme raus, dann den Oberkörper raus und dann mit den Beinen anrollst, einfach so tief in dein Gedächtnis und in dein Bewegungsmuster einfach eingraviert wird, dass du das bei intensiven Einheiten dann später, wenn du das richtige Workout machst nach dem Warm-Up, dass das einfach sitzt und aus dem FF kommt. Und so ein Schlagaufbau, ja der dauert vielleicht maximal so 5 Minuten. Und danach habe ich jetzt einfach mal so verschiedene Beispiele für Warm-Ups, die du machen kannst. Die haben auch so ein bisschen spezifische Sinn, einen spezifischen Sinn dahinter. Und das erste Warm-Up dauert so 10 Minuten und das ist eigentlich nichts anderes als 4x2 Minuten mit 30 Sekunden Pause jeweils. Das heißt, du kannst 30 Sekunden einstellen, kannst aber auch ganz einfach, äh, kannst 10 Minuten einstellen, kannst aber auch ganz einfach losfahren. Und die ersten 2 Minuten, ja, da konzentrierst du dich dann einfach so ein bisschen, ähm, auch nochmal auf die Koordination, ja, Beine, Oberkörper, Arme, Arme, Oberkörper, Beine und überlegst, dann machst du da gerade alles richtig, ja, also du führst quasi diesen Schlagaufbau einfach nur ein Stückchen weiter und, ähm, hast das Bewusstsein und die Achtsamkeit halt ganz genau darauf. Ähm, der zweite Fokuspunkt, den wir dann so ein bisschen machen wollen, ähm, wäre, ähm, dass du dich voll und ganz auf den Beinstoß konzentrierst, ja, das heißt, du, wir wissen ja, dass Ruder eine Abdrucksportart ist, eine Beinsportart ist und die meisten Leute verlieren da so ein bisschen den Fokus und ziehen am Ende einfach nur noch mit den Armen. Ähm, und die nächsten 2 Minuten, ja, sind halt einfach dafür da, dass du den Fokus mal ganz explizit auf deinen Beinstoß richtest, ähm, vergiss dabei nicht trotzdem eine gewisse aufrechte, stolze Position zu haben, ja, denn dein Core, dein Körper, ähm, deine Kernkörperspannung ist halt da, du bist angespannt, ähm, dass du nicht einfach da irgendwie zusammenbrichst. Ähm, bei den nächsten achtest du wirklich nochmal ganz explizit, ja, du hast jetzt einen Beinstoß drin, jetzt kann es halt passieren, dass genau das nämlich passiert, dass deine stolze Position irgendwie einbricht, das heißt, bei den nächsten 2 Minuten achtest du einfach nochmal auf die stolze Position und zum Schluss beendest du diesen, ähm, diese 4x2 Minuten, dieses Warm-Up nochmal mit dem Fokuspunkt, ähm, auf die Beine-Oberkörper-Arme-Koordination, ja, das heißt, du fokussierst dich eigentlich alle 2 Minuten mal auf gewisse Teile des Ruderns, auf gewisse Technikaspekte, die wirklich wichtig sind, ähm, ähm, und das sind Beine-Oberkörper-Arme, dann auf den Beinstoß, ähm, dann auf die stolze Position und dann wieder auf Beine-Oberkörper-Arme und, ähm, hast immer so 30 Sekunden Pause, die du so ein bisschen locker machst, um dich nochmal neu drauf einzustellen. Das zweite Warm-Up dauert 15 Minuten, ja, das ist ein bisschen länger und, ähm, hier machen wir, setzen wir uns wieder so mentale Meilensteine und auch hier üben wir jetzt so ein bisschen mehr noch das Rhythmusgefühl, ja, das heißt, wir springen immer so ein bisschen mit unseren, ähm, Schlagfrequenzen hoch und runter, genau, und das sieht dann einfach so aus, dass du, ähm, die ersten 4 Minuten, ja, das sind 15 Minuten, recht lang und, ähm, wir fahren 4 Minuten, 3 Minuten, 2 Minuten, 1 Minute und haben dazwischen immer 1 Minute Pause und fährst die ersten 4 Minuten mit einer Schlagzeit 20, ja, das heißt, du konzentrierst dich hier wirklich darauf, ähm, 20 Schläge die Minute zu fahren und du es hochrechnest, das heißt, du könntest 80 Schläge in der Zeit machen und, ähm, genau, versuch da wirklich die Erholungsphase und die, ähm, Durchzugsphase einfach zu optimieren und, ähm, wirklich der Rhythmus wird beim Vorrollen gemacht, ja, weniger beim Durchzug, dass du da wirklich dir Zeit dann lässt beim nach vorne rollen. Danach hast du eine Minute Pause und die nächsten 3 Minuten fährst du mit einer Schlagzeit 24, ja, ähnliches Spielchen, da wird einfach nur der Takt ein bisschen höher geschraubt, ähm, dann machst du wieder eine Minute Pause, ähm, dann fährst du zwei Minuten mit einer Schlagzeit 28, hast eine eine Minute Pause und dann nochmal eine Minute mit einer Schlagzeit 32 oder mehr, ja, das ist schon nochmal recht intensiv, ähm, dass du da auch nochmal wirklich den Puls, äh, hochbringst, das ist eigentlich hervorragend das, äh, Warm-up für Hit-Workouts, die du dann danach machst, ähm, und dann hast du diese eine Minute auf Schlagzeit 32 fertig und dann fährst du einfach nochmal zwei Minuten locker. Und dann das letzte Workout dauert nur zehn Minuten, ja, das sind eigentlich fünf mal zwei Minuten, die wir aber konstant durchfahren und hier machen wir ein kleines Schlagfrequenz-Spielchen, ja, die ersten zwei Minuten fährst du mit einer Schlagzeit, ähm, 20, die zweiten zwei Minuten fährst du mit einer Schlagzeit 24, die dritten zwei Minuten fährst du mit einer Schlagzeit 28 und dann gehst du wieder runter auf 24 und die letzten zwei Minuten auf Schlagzeit 20, ähm, versuch einfach auch immer, wenn du hier diese Pyramide fährst, so ein bisschen deine, deine, deine Leistung auch anzupassen, ja, das heißt, versuch einfach von Schlagzeit 20 auf Schlagzeit 24, ähm, so zwei bis vier Sekunden auf 500 Meter schneller zu sein oder einfach noch ein bisschen mehr Power an das Gerät zu bringen. Bei 24 bis 28 machst du genau das Gleiche und, ähm, wenn du dann wieder runter gehst, wirst du, nimmst du die Leistung ein bisschen zurück, ähm, versuchst aber ein bisschen schneller zu sein als bei den letzten Schlagzeilen 24 oder bei den letzten Schlagzeilen 20 und dann hast du drei sehr gute Workouts gemacht, ähm, die einfach so ein bisschen auch dein, dein Nervensystem, ja, deine Konzentration und Koordination beansprucht haben und gleichzeitig ist dein Körper einfach warm, ähm, wie gesagt, so ein Mobility Workout, was du auch noch machst, komme ich noch und, ähm, das ist jetzt nur, ist nur ein Beispiel, das sind drei Beispiele für Warm-Ups, die du machen kannst, natürlich kannst du einfach zehn Minuten straight durchfahren, ähm, funktioniert genauso gut, das ist nur, jetzt mal so ein kleines Beispiel für dich, dass du einfach so eine gewisse Orientierung hast, wie kann man sich fürs Rudertraining warm machen und gleichzeitig halt auch noch ein bisschen Köpfchen einschalten und nicht einfach unbewusst da abrödeln, ähm, weil dann hat es halt auch nichts gebracht. Ich bin der Meinung, man muss bei jedem Training immer ein bisschen wachsen, man muss sich bei jedem Training ein bisschen herausfordern und, ähm, ähm, das Warm-Up muss einfach auch schon so ein bisschen, ähm, den Kopf mit einschalten und ich denke, das ist mit den drei Workouts, die du dann mal machen kannst und diesen drei Warm-Ups, die du dann mal machen kannst, ähm, eine sehr gut gelungene Sache. Schreib mir gerne in die Kommentare, wie du die Warm-Ups fandest oder gefunden hast und gib mir ein Däumchen und drück auf Abo und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, dein Fabian. Ciao. Ciao.